Fertig gemacht. Sehr schön. Bist du stolz auf mich? Ich nehm ein Papier übrigens. Nochmal. Danke. Oh Gott. Die Eritant wieder. Ja, gib mir genauso. Du bist dran. Bist auch schlecht gezogen. Ja. Schwach. Da war aber Chainfailed in diesem Deck so ein bisschen. Aha. Clownblade kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Jetzt spielst du nicht Clownblade? Hm? Hm. Hm. Hm? 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 Was? Achso, Gemknight, ne? Mhm. Ich dachte grad entweder Gemknight, äh, Evil Swarm oder irgendwas. Nein, ich hasse Gemknight. Ich hab keine Fusion, keine Sorge. Ja, ok. Er spielt mal diesen Armadillo. Ja. Ja. Okay. Hello. Lower bar. Spielst du auch die neuen Karten von denen? Also diese andere Fusion, sag ich mal. Nein, ich wollte das halt so machen, als ob ich das halt TCG abgestimmt ist. Achso. Achso. Ja, dann ist das natürlich nicht so konstant. Ja. Aber mit der anderen ist es sehr gut eigentlich. Hm. Hm. Ah, das ist krackig. Emptiness Chain, dann geb ich auf. Hm. Hm. No. Um. Oh. 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 Ich hab das gerne für ein Mice gehabt. Wenn man so... ... hier. 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 In der Backrode zu stellen. ... hier. ... hier. ... hier. ... hier. ... ... hier. ... hier. ... hier. Ach ne, er kann nur Spell und Traps negaten Ja, er kann nur Spell und Traps negaten Da kann nur Zauber und Traps Ja, Zauber und Traps, klappbar Aber sie haben halt noch den Effekt, um uns im Break zu bleiben Selbstverständlich Sorry, hat er Unokate? Ne, Unokate nicht Hat er Karte da? Du konntest irgendwie... Scheiß Fusions Ups Still Hm... Okay Jetzt... Jetzt wirst du nur mein Synchro nicht mehr Oh, okay Nichts gesagt Ich muss noch etwas leiser stehen Oh mein Gott, das ist so ein guter Topdeck gerade gewesen, ne? Du bist so am Arsch, ne? Was bringt das denn? Du bist so... Achso, ähm... Warte kurz... Dann nehmen wir noch... Den... Achso, du kannst dann Deck fusionieren oder so? Ja Den... Den... Okay Warte, wie viel hab ich 6? Dann kann ich... Extra Deck Und sonst... So... So... Möcht ich gern nutzen? Vom Extra Deck? Ja, aufm Friedhof Hey lol Ist das gut für dich? Ne, ne? Ich hab keine Ahnung Was ich hier wegmachen soll Das... Bringt eh alles nix Ach fuck, ich hätte auch ihn selbst und dann hätte ich... Ähm... Ihn noch entfernen können Das ist wahrscheinlich E-Game Hä, kann man nur einen von seinen Effekten machen? Anscheinend Nein, apply... Apply as many effects as possible Oder haben wir die anderen grad gemacht? Doch, ja Nein Meine gebänischten Aber meine gebänischten kamen nicht zurück Oh, hä? Five or more each player sends the top three cards of the deck to the grave Hä? Ne, ist gut, ja doch Ach, jetzt kann ich nur keine Ahnung mehr specialen Jetzt hab ich den nur aufm Feldschirm Jetzt hab ich den nur aufm Feldschirm Ne, das ist kacke Das ist voll heftig Das war ein guter Top Deck Reicht sie ja keine Karte Für vier Züge nicht oder so Jetzt ziehst du ne Karte Hä, wie soll ich da rüber? Ich weiß es nicht Darkhole oder Rageki Arc Keine Ahnung Dieser Top Deck So gut Rescue with Attack Okay Hä? Hä? Kann ich nicht direkt machen? Weißt du nicht, hast vielleicht keine normalen Monster mit selben Namen mehr im Deck? Doch Ich muss noch zwei mal Lars-Uki haben im Deck Tja Anschein Ah nein, ich glaub die ist Level 3, ups Ja, wahr Ja, okay Na dann Wieso greifst du nicht an? Hä? So ein Fan bin ich nicht Oh, ich bin noch nicht tot Naja, vielleicht Top Decks denn Nein, ich Top Deck nichts Vielleicht hast du noch ne Abstract oder so Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot